Ja hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, heute möchte ich ein ganz spezielles Lied singen als Geburtstagsgeschenk für mich, denn durch dieses Coronavirus muss ich meinen Geburtstag alleine zu Hause feiern, meinen 66. Geburtstag am 20.04.2020 und deshalb möchte ich auch gerne das Lied probieren von Udo Jürgens mit 66 Jahren. Bitte sehr. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich Ersträndler bin, sobald der Stress vorbei ist, erlang ich nämlich hin. Dafür nicht äußerst lässig das Haar, das mir noch blieb und ziehe meinen Bauch ein und mach auf weiß, ein Typ. Und sehen mich die Leute, entrüstet an und streng, dann sag ich meine Lieben, ihr seht es viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren, da ist noch lange nicht Schluss. Ich kaufe mir ein Motorrad und einen Ledertress und fege durch die Gegend mit 110 PS. Ich singe im Stadtpark Lieder, dass jeder nur so stammt und spielt dazu Gitarre mit einem irren Sound. Und mit den anderen Kumpels vom Pensionärsverein, da mach ich eine Band auf und wir jatschen ungemein. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Lange nicht Schluss. Und abends mach ich mich mit Oma auf den Weg. Dann gehen wir nämlich rocken in eine Diskothek. Im Sommer bin ich Blumen und meine Denker stirn und fahr nach San Francisco, mein Räume rauskarieren. Und voller Stolz verkündet mein Engel Waldemar. Der rausgeflippte Alte, das ist mein Großpapa. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hab ich Spaß daran. Mit 66 Jahren, da komm ich erst in Schuss. Mit 66 Jahren, ist lange noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt mein Leben an. Mit 66 Jahren, da hab ich Spaß daran. Mit 66 Jahren, da komm ich erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Ist auch wirklich nicht Schluss. Denn danach gehen wir wieder tanzen, singen, feiern und das Leben einfach genießen. Ich danke euch und hoffe, ihr habt auch viel Spaß damit. Euer Guy.